Yo Leute, was geht ihr? Herzlich willkommen zu einem neuen Surface Video heute. Mal ganz ungewohnt, nicht in Minecraft. Ihr seht es schon, wir spielen heute eine Runde TSGO. Mal schauen, wie es läuft. Jo, auch ein Ruh von meiner Seite. Ja. Und, wie man unschwer hört, heute mal mit neuem Mikro. Zumindest. Ey, das war auch Seite. Neues Mikro und vielleicht mal nicht so für Stoll wie sonst immer. Vielleicht. Jo, what the fuck. Shot, Shot. Ja genau, Jack Parker wollte das eine Runde TSGO spielen und dann... Und dann ist einfach das Ziel. Ja, und dann jetzt sind wir hier. Mal schauen, wie es läuft. Ich bin mir nicht sicher. Erstmal die Leute, die muten die schnell natürlich, ne? Wir sind beide nicht die besten Spieler. Ja. Aber... Ja, ich... Ja, es gibt schlechte. Auszeit für die Anti-Terror-Eine. Das ist doch schön. Die haben schon Bot. Ähm... Jungle and... Jungle one, stairs one. Ui... Den hat sich nicht fest. Ähm... Warum hab ich die Kameraden angegriffen? Hä? Äh... Ich weiß jetzt auch nicht. Keine Ahnung, ob ich nicht mitbekommen. Ist... ist der mir... Äh... Oh... Stairs auch. Stairs ist tot. Stairs ist tot. Jungle, 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 jungle! Ohohoho, fuck! Äh... Achso, du hast... Ja, ich arbeite dran. Sorry, es war quasi perfekt. Hehehe. Das ist ein Problem. Der ist gewinn. Alter, diese scheiß Flags. Ich hab Molly Richtung Jungle geschmissen. Der hat sich umrohlen. Ah, der hat junglet auf die Awe. Holy shit. Lass mal Richtung Bearmung. Ja, relativ. Okay, guck City. Danke. Okay. Oh, schraubst einer. Das ist hier einer. No. Oh, fuck, ich bin fest. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich dachte, du hast den. Täuscht mich. Ich nehm die Awe mit von... Oh, nein, Mann. Oh, fuck. Ich sterb, oder? Shit. Alter, wenn du das in Aufnahme siehst, ist das so heftig. Ich dachte, du hast den, weißt... Wie klappt das grad mit dem Nachladen weiter? Ich hab mich so voll... Ich dachte, ja, komm, du hast den. Der guckt hier grad nicht. Ne, weil ich war ein Full Flash. Oh, Mann. Full Flash nicht gesehen. Der ist mir suspekt, der Chip, oder? Ja. Oh, ich bin an der Stelle, es könnte hängen geblieben. Staper Bomb. Hinter dir. Nice. Easy, Alter. Der hat ja gesaunt hurt, der Klinik. Da sah er quasi mit seinem Headset so. Aha, da kommt er! Da kommt er! Easy. Wallhack confirm. Kuckuck. Oh. Hell, ist das glaub ich die letzte, ne? Diffusing the bomb. Oh, was? I'm diffusing the bomb. Ich hab keinen Kit. Ah, es könnte eng werden. Aber ist... Easy. Es reicht. It's gone! It's gone! Come on! Yes! 80%, Alter, 80%! Ja, ich geh von hinten auf L und guck, ob ich was machen kann. Oder ich krieg gleich die Headset. Oh, nice. 3 gegen 3. Oh, nicht von oben. Ah, ich krieg's doch. Keiner noch Connector, glaub ich. Oh, was ist das? No. Nice, schnell. Oh, fuck. Ich hab keinen Kit, ich hab keinen Kit. Nein. Ja, schaußt nicht mehr. Ah. Ah, das ist zu weh. Ah, Alter. Mein leid, Alter. Das war so knapp. Jawohl, Alter. Endlich. Diesmal hätte ich... Diesmal hätte ich auch einen Kit gehabt, weißt? Mhm. GG, Guys. I'm up late. War eine entspannte Runde CSGO. Und da hab ich auch die... Was ist das denn? Eine Kiste, oder was? Ja. Das ist ein Spectrum Case. Spectrum Case. Das hab ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Naja. Die öffne ich gleich mal. Gönn dir. Das war's mit... Diesmal eine Runde CSGO. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Werden wir das öfters machen sollen. Was wir wahrscheinlich wendern in Streams machen werden. Lasst ein Like da. Und einen Comment und ein Abo. Und... Dann machen wir das. Richtig. 42 hab ich da ja nicht mehr. Tut mir leid. Dann geht's doch gar nicht auf den Chest, ne? Naja. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.